Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind zurück bei Bayek, bei unserem Pferd und bei der nächsten E-Mission und deswegen machen wir hier weiter. Ah, das ist unser Magenlenker-Freund. Zu gut. Viel zu gut. Komm, er möchte dich kennenlernen. Okay. Zeig mal, wie du fährst, Barik. Nikias, sieh gut hin. Vielleicht kannst du etwas lernen. Es heißt bei... Ah, schön. Gut. Hat Siva auch eine eigene Rennstrecke? Oh. Ich wollte gar nicht meditieren. Das war die falsche Taste. Aber gut, dann ist schon mal heller. So, halten zum Verfolgen. Wilder Ritt. Steig mit Nikias auf den Streitwagen. Machen wir. Nein. Es ist ein kleines Dorf. Aber wir hatten Streitwagen. Dank der Pharaonen des alten Königreichs. Das ist die Freiheit. Okay, andere Steuerung wie in der Arena. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die Zügel fester! Pass auf Hindernisse auf! Icarus war der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Icarus geliebt. Er war sein Lieblings... Sein Lieblingsfahrer. Zeigen wir meinem Vater dein Naturtalent. Ja, das ist der nächste Problem. Ich wollte eigentlich nie... Du hast dein Händchen dafür! Aber hier geht das nicht. Das ist eine andere Steuerung. Du bist dein Naturtalent! Ja, das wäre jetzt auch nicht sonderlich schwer. Im Moment zumindest. Wenn du für die Grünen fährst, werden wir im Hippodrom gewinnen können. Du bist dein Naturtalent! Ja, ja. Beruhig dich mal. Du hast dein Händchen dafür! Schneller, Bayek! Schneller! Welch Tempo! Was ist da los? Da stimmt was nicht! Oh oh. Was ist jetzt schon mal los? Ihr Narren! Ihr habt Saganaki stehlen lassen! Vater! Verzeihbar! Gutes Pferdweg! Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd! Du musst sie zurückholen! Wir enttäuschen dich nicht, Vater! Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davon kommen lassen! Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab! Für die Grünen! Ja, dann. Ich soll dir folgen. Dann leg mal los. Leg mal los. Oh Gott. Wo reitet er denn hin? Ich finde es cool. Man kann vom Pferd aus blühen. Mehr als alle anderen im Stall. Gibt es Pferd mehr als nicht? Alles klar. Alles klar. Okay, das geht so nicht. Weil der keine Ahnung wohin reitet. Ich probiere mal so gut wie möglich zu folgen. Okay, die Kühe oder Stiere, was auch immer das sind. Chillen hier einfach auf der Straße. Hey, du musst niemand umreiten, nur weil jemand das Pferd von deinem Vater geklaut hat, dass der mehr liebt wie dich, okay? Alles klar. Dann könntest du mal dich entscheiden, wo du hinreitest, Kollege. Ist ja schlimm mit dir. Aber wo reitet der denn eigentlich hin? Was haben die dem für eine automatische Strecke eingeimpft? Können die dem nicht einfach einen geraden Pfad geben, wo er lang reiten soll? So ein rumpier Eierretter. Ja, und wie weit müssen wir noch? Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge! Wir haben den Metzai-Banker! Wo sollen die Banditen sein? Nordöstlich vom Anwesen, ja. Ja, da ist ein Schatz. Und jetzt? Ich wollte gerne wissen, wo die Banditen sind. Ah, da hinten. Okay, da kann ich noch keine Markierung machen. Finde Saganaki und bringe ihn zurück zum Anwesen. Machen wir. Ach, die Pirschen da schon vor. Ähm. Hehe, Krokodil. Lass mich mal ganz kurz. Bin gleich weg. Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das sein? Banditen im Süden. Ich glaube, sie reiten Kriegsneedpferde. Kriegsneedpferde. Ist das dein Ernst? WTF. Das erzählt man. Alles klar. Ich geh mal gucken. Das Pferd ist irgendwo da hinten. Das Pferd ist irgendwo da hinten. Ach, da sind noch welche. Ach, und jetzt Nilpferde im Wasser. Da hat's noch einen Schatz. Jetzt auch noch einen Schatz. Okay, die sind ja direkt hier ums Eck. Ich glaube, die sind nicht relevant für uns. Aber wenn wir schon mal da sind, wisst ihr was? Hey! Stirb endlich! Hallo? Wow, 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 wow. Ganz schön, das wird der Lass nicht. Ich wollte nur kurz den Schatz hier mitnehmen. So, und jetzt müssen wir nach da hinten weiter. Die Pferde sind da weiter drüben. Die müssten mich eigentlich in Ruhe lassen. Hoffe ich zumindest. Fogodile hat's hier hoffentlich auch keine. Das sieht man so eine Sache. So, dann schauen wir nochmal. Momentan habe ich zwei, vier, sechs Gegner markiert. Weiß nicht, ob das alles ist, aber zumindest habe ich die mal jetzt markiert. Auch unsere Verbündeten sind da schon am am Rum-Ragen. Ja, dann würde ich sagen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ah, das ist der Anführer. Oh, keine Munzion mehr. Okay, Anführer Strahlen. Hey. Boah. Ganz schön heftige Finisher-Moves. Irgendwo ist da noch einer, oder? Da waren das alle. Hier ist noch ein Schatz. So, haben wir dabei. Okay, dann haben wir das Schlager hier abgeschlossen. Hier ist unser Pferd. Als Versteck. 400 Erfahrungspunkte. Pferd haben wir. Und dann geht's zurück. Und bringt das Pferd zurück. Das kann man jetzt automatisch machen. Über Pathfinding. Wenn das dann funktioniert. Ne. Tut's nicht. Da hinten hat's noch einen Schatz. Wenn wir schon mal da sind. Da unten irgendwo hat's auch noch eine neue Nebenmission. Wer hat mich jetzt gesehen. Ich glaub, war das nur das Krokodil? Nein, da unten hat's noch irgendwen. Ich geh jetzt da mal nicht runter, weil da hat's Krokodile und da muss ich ja nicht unbedingt hin. Komm ich da runter? Okay. Komm ich hier rüber. Ich hab mein Pferd einigermaßen durchs Wasser. Ja, okay. Ich dachte, das wäre tiefer. Wer schießt denn da auf mich? Ist mir eigentlich egal. Ich geh jetzt mal. Verschaff' nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Ich geh das Pferd zurück. Oh, keine Munition in der einer Klasse. Dann erst mal ins andere Ufer und dann zu mir hier rüberkommen. Kommt her. Ich höre auf mit Bogen auf mich zu schießen hier. Verdammt, wer? Hab dich! Okay. Den haben wir. Die anderen lassen uns hoffentlich in Ruhe. Wir sollen das Pferd ja zurückbringen. Das kam hier nicht rüber. War das, weil wir runtergeschossen wurden oder weil das einfach zu tief ist für das Pferd? Ich glaube, weil wir runtergeschossen wurden. Ja, okay. Gut. Dann bringen wir das gute Pferd mal von uns zurück. Kommt das Pferd hier hoch? Nein, schluss nicht. Okay. Entschuldigung, Pferd. Ich wusste nicht, dass der hier zu tief ist. Dann außenrum. Hier müssen wir aber durchkommen. Ja. Gut so. Und dann geht es wieder den ganzen Weg zurück. Geht Pferd aber relativ schnell. Schwupps. Und gleich sind wir schon da. Dann schauen wir mal. Da sind wir auch schon. Moin. Wir haben dein Pferd wieder. Bei Serapis. Ihr habt sie. Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Saganaki und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze sie steilen Saganaki auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen. Ich. Ich tue mein Bestes. Und der heißt immer noch Bayek, aber das wird wohl nicht mehr funktionieren. Oh, neues Reittier. Ähm. Schwarzer Pfeil. Dieses Pferd ist ruhig, schnell und spricht auf die kleinsten Bewegungen an. Ein Pfeil in Tiergestalt. Cool. Das nehmen wir mit. Und wir haben noch irgendwas Neues ausrüstungstechnisch gefunden, aber glaube ich schlechter wie irgendwas, was wir bis jetzt haben. Ach, wir haben noch Bögen gefunden. Ja, den da, der ist aber auch schlechter. Okay. Gut. Das haben wir erledigt. Moment, haben wir noch ein anderes Pferd jetzt freigeschalten, deswegen habe ich das andere jetzt mal ausgewählt. Ähm, Quest-mäßig müsste ja hier jetzt eigentlich gleich weitergehen, oder? Mit dem Pferderennen-Quest macht das keinen Sinn, dass es da weitergeht. Das ist Stufe 17, das ist noch ein bisschen arg hoch, glaube ich. Da ist eine Stufe 13 Nebenquest. Stufe 13, Stufe 13. Was sind wir denn da? Und hier vorne. Oh, Stufe 20. Stimmt, die haben wir angenommen. Plagiator. Ach ne, haben wir nicht angenommen. Das war ne andere. Hier ist noch ein Schnellreisepunkt und ne Nebenquest mit Stufe 10. Ich würde mal sagen, wir machen ne Schnellreise hier rüber, dann haben wir das auch mal gemacht und können dann hier anfangen, Nebemissionen zu machen, hier oben in Alexandria, um noch ein paar Level aufzusteigen. Ups. So, Schnellreise da rüber. Okay, du kannst Pfeile in Brand stecken, indem du dich einem Feuer näherst. Na gut, dann brauchen wir halt ein Feuer in der Nähe, um Brandpfeile zu verschießen. Ah, okay, hier sind wir jetzt wieder. Hep. Und dann auf der Kartee. Die wollte ich nicht annehmen. Dann holen wir uns erst den Aussichtspunkt da drüben und die Quest, die da direkt daneben ist. Das machen wir jetzt als erstes. Dann müssen wir nach da hinten. Ab über die Dächer von Alexandria. Da kommt man jetzt nicht ganz so schnell voran wie in offenem Gelände, aber es macht auch Spaß, mit den ganzen Dächer zu klettern und durch die Gassen zu pesen. So, nehmen wir mal die Straße hier. Hier hätte ich jetzt auch mal ein Pferd nehmen können, aber es ist nicht so weit, dauert nicht so lange. Da muss es ja nicht sein. Der Bogen, den wir jetzt haben, der ist zwar echt gut und auch echt stark, aber ich hätte wieder gern einen Bogen von dem Typ, der einen einzelnen Pfeil hat, den man aufladen kann, sodass man gezielte Kopfschüsse damit machen kann. Wenn wir wieder so einen finden, dann besser, dann nehme ich den wieder, auch wenn er vielleicht zwei, drei Schaden weniger hat, wie der, den wir jetzt haben. Aber ich mag das einfach vom Gameplay her mehr wie so ein Schnellschussbogen, der dann innerhalb kürzester Zeit voll viele Pfeile rausschmeißt und man nicht wirklich eine Chance hat, gut zu zielen. So. Neu Ort entdeckt, Serapeum. Gibt 25 Erfahrungspunkte. So. Da drüben auf das Riesengebäude müssen wir hoch. Aber. Hier hat es auch nur ein Papyrus. Ist aber nicht so wichtig. Zumindest im Moment noch nicht. Die können wir später noch sammeln, die ganzen Papyri. Geht hier irgendwas rüber, oder? Der Baum da drüben geht rüber. Sonst muss ich nämlich wieder runterspringen und wieder hochklettern. Ich glaube, ich kann auch hier über den Baum. Ja. Das sieht gut aus. So. Da oben auf der Riesenstatue. Und go. Im Hintergrund die Pyramiden, Wüste, Wasser und hier vorne die Stadt von Alexandria. Und dann in den Mini-Pool. Ja, das... Da hinten ist die Nebenquest, die ich eigentlich haben wollte. Oh, das ist schon wieder das Wasser. Da holte ich nicht hin. Hier, die Nebenquest wollte ich annehmen. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Großer Serapis. Bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles, nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester. Medjay, mein Trommler ist im Kibutas-Arsenal in der Nähe der Bibliothek. Gut. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. Serapis eint die Völker, finde und rette den Trommler. Gut. Das machen wir. Wenn ich schon mal hier sind, kann ich hier irgendwo... Oh ja, da kann ich runter. Und hepp. Autsch. Da geht es ein bisschen tiefer runter. Aber nicht so schlimm. Okay, dann schauen wir mal, wo er denn genau ist. Okay. Da hinten. Natürlich wieder eingesperrt, schätze ich. Haben wir eigentlich einen anderen Bogen von dem... Ich gucke mal ganz kurz. Leichte Bögen. Schnellfeuer. Das sind die Schnellfeuer. Der Jagdbogen ist der, den ich haben will. Keinen leichten Bogen. Ich will einen Jagdbogen haben. Der hat zwar sechs Schaden weniger, aber ich nehme den jetzt trotzdem mal, weil der einer von einem anderen Typ her ist. Also ich stehe eigentlich von der Stufe. Ah, der ist schon Stufe 15. Okay. Ich dachte, wir können den vielleicht noch ein bisschen verbessern. Der macht jetzt zwar nicht ganz so viel Schaden, wie gesagt, aber ich mag den vom Gameplay mehr. Hier ist noch kein Sperrgebiet. Das ist gut. Das wäre auch sonst ziemlich groß, wenn wir noch 90 Meter weg sind und schon im Sperrgebiet wären. Hier sieht es allerdings so aus, wie jetzt Arsenal in Kibotos. Ja, das sieht so aus, wie wenn es hier Sperrgebiet ist. Das ist keine Riesenfestung. Die hätten drei so Sperrspitzen, aber schon ziemlich ordentlich. Ich schaue mal ganz kurz. Was Gegner angeht. Da oben steht auch noch einer. Da ist ein Schatz. Da ist noch ein Schatz. Ja, ich glaube, es ist einfach sinnvoll, sich ein bisschen Zeit zu lassen und ganz ordentlich alles abzuscannen, weil man dann schön alles markiert bekommt. Zenyu. Da haben wir noch irgendwo was. Ne, doch nicht. Da steht so eine Riesenarmbrust und jetzt zwei Anführer hier drin. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, es gibt einen Hauptmann und einen Kommandanten. Der Hauptmann hat so eine kleinere Krone und die vom Kommandanten ist noch ein bisschen größer. Gut. Zu wissen. Ups, hier hoch. Nur mal zu gucken von hier oben. Der sieht mich auf Safe nicht von hier oben. Gut. Ach, der geht jetzt. Scheiße. Entzieht sich da unser Aktionsradius, der Gute. Sollte wieder drin und tot vor allem. Hat noch niemand bemerkt, glaube ich. Ich gehe erst mal kurz hier hoch. Die sitzen alle da unten drin. Gehe mal kurz hier einen Schatz mitnehmen. Wo ist denn der andere Schatz? Haben wir hier noch einen markiert, oder? Wird er mir nicht angezeigt? Ja, moin Jungs. Hey, was? Kommt her. Ich werde einen Schädelspalt passen. Da bist du ja. Ich schlitzig auf. Was? Da bist du ja. Ich rufe die Truppen. Okay, kann man ja? Oh, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. einrufst ganz sicher nicht die Truppen, Junge. Lass es mal schön bleiben. Junge, lass den Scheiß. Ach, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Lass den Scheiß. Ich glaube, ich habe ihn gerade noch rechtzeitig erwischt. das Signalfeuer hätte er anmachen können. Das war Klaus. Oh, Brandpfeil, du. Ja, hat er sich selber abgefackelt, der Gute. Hörst du mich? Der zweite Schatz eigentlich. Hey, was? Wer sieht mich denn jetzt? Da unten ist noch so ein Klopper. Moin. Ich deck dir den Rücken. Uns pisst keiner ans Bein. Ich bin gleich da. Durchhalten. Ach, euch pisst keiner ans Bein? Okay, gut zu wissen. Hier bin ich. Echt? Okay. Schwerst ich, Hey, zu mir, Brüder! Hey! Du! Ja, große! Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein, mich und meinen verletzten Fuß. Ich komme im Auftrag des Priesters, Trommler. Dann hol mich hier raus, Matcher! Mach ich gleich, will nur kurz gucken, wo der zweite, ähm, der zweite Schatz ist. Da oben drin, okay. Komm sofort. Will nur kurz den Schatz da abstauben. Die, ähm, die, ähm, Thea-Behälter mit Feuer sind ziemlich böse. Kohlenstoffgestall plus eins, okay. Schatz geblündet, Ort beendet, gut so. Was? Oh, da drüben. Kommt Verstärkung. Hey, was? Ja, moin. Die anderen haben es noch nicht gerafft, die da draußen stehen. Die sind mir auch eigentlich scheißegal. Ich kümmere mich mal jetzt um mein eigentliches Ziel, um den Herren Trommler, aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Leute. Ciao.